Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag auf dem Mars und zwar Sol 8 Sol, so nennt man die Tage auf dem Mars, wenn ich richtig informiert bin und ein Sol, also ein Marstag, dauert glaube ich 25 Stunden, also eine Stunde mehr als bei uns auf der Erde, ist also relativ vergleichbar. Ich habe ja gesagt, ich lese dieses Buch momentan über das Weltall und so weiter und es gibt durchaus auch Planeten, unter anderem auch in unserem Sonnensystem, wo ein Tag schon mal einige Jahre oder auch ganz kurz dauert und sehr interessante Dinge, aber auf dem Mars ist es eigentlich ziemlich ähnlich, nämlich eine Stunde mehr, man hat eigentlich eine Stunde mehr, eigentlich ganz geil, natürlich die Zeit, die abläuft, ist dieselbe, aber man hat eigentlich pro Tag eine Stunde mehr. So, schön, dass ihr mehr dabei seid auf dem Mars, wir haben eine erste kleine Kolonie gebaut und sogar schon die erste Kuppel und die Aufnahme war recht lang, ich habe das dann auch ein bisschen geschnitten natürlich, weil ich ja auch viel erstmal gelesen habe, dann gab es Tipps, aber ich habe dann das ein bisschen zusammengeschnitten und wir sind zumindest bis zur ersten Kuppel gekommen und jetzt warten also unsere Kolonisten sehnsüchtig darauf, auch den Mars zu betreten, die warten schon seit acht Tagen hier eine Rakete und wollen natürlich in die Kuppel einziehen, aber vielen von euch hat das erste Video gut gefallen, ihr habt fleißig geliked, insofern dankeschön dafür und dann machen wir natürlich weiter und sehen es also heute schon wieder. So, wir kriegen ein neues Gebäude vorgeschlagen, sinnvollerweise natürlich das Wohnquartier, Kolonisten innerhalb von Kuppeln leben mit Wohngebäuden, die wollen natürlich auch nicht, es gibt zwar Parkbank, aber ich denke, die wollen jetzt hier nicht der erste Penner auf dem Mars werden, sagt man übrigens nicht mehr, man sagt Penner glaube ich nicht mehr, das ist negativ. Na gut, aber wir fangen erstmal klein an, wir bauen erstmal hier so ein einfaches Wohnquartier. Oh, ah, das, ah, okay, das passt genau, haben sie sich schon so überlegt, das passt genau hier in einen so einen Quadranten rein. Boah, die haben sogar gedacht, die wohnen auf dem Mars luxuriöser als ich hier auf der Erde, das ist schon traurig eigentlich. Die haben Bäume, die haben eine Terrasse mit Sonnendeck und all so ein Kram. Wobei ich dir sagen muss, die Anordnung ist eigentlich nicht so klug, weil die können ja jeweils auf die Terrasse der anderen, wenn man das Gebäude gedreht hätte, ja, ist egal. Okay, dann bauen wir jetzt mal hier so ein erstes Wohnquartier. Äh, Baustelle, bla bla bla, 10 Beton, das heißt unsere Drohnen sollten jetzt, haben wir denn noch genug Beton? Wir haben jetzt so viel Beton, wir haben ja irgendwie 80 Beton für die Kuppel verbraucht. Ja gut, die fahren aber schon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, man kann das ja tatsächlich zählen, da kommt noch ein Klotz. Wir könnten natürlich auch einfach schon mal einen weiteren Beton, äh, ja, eine weitere Betonabbaustelle bauen, ne? Dann hätten wir ein bisschen mehr zur Verfügung, wenn wir noch einen Betonextraktor bauen, was kostet der? Ja, zwei Maschinenteile, wir haben allerdings noch 12 auf Lager, wir sollten dann demnächst mal noch eine Versorgungsrakete bestellen, die noch ein bisschen mehr holt vielleicht. So, je nachdem, wie wir es platzieren, sehen wir übrigens auch rechts, wie viel da abgebaut werden kann. Wenn ich es hier platziere, haben wir 350, das ist, glaube ich, Maximum, das gefällt mir ganz gut. Und dann haben wir nämlich noch einen weiteren Betonextraktor und dem geben wir dann auch wieder hier so eine Stromverbindung, ja, Stromverbindung und am besten auch noch Rohre, ne? Das will der, wobei, der braucht gar keine Rohre, ne, das stimmt, der braucht ja gar keine Rohre. Die Rohre brauchen ja nur hier die Kuppeln, die brauchen ja Sauerstoff, ähm, Wasser und so weiter, aber der Betonextraktor braucht das ja gar nicht, der braucht nur Strom. So, Strom haben wir auch immer noch einen genügenden Überschuss. Wasser ist ein bisschen wenig, dieser eine Vaporator, den wir da gebaut haben, produziert halt wirklich nur ein Wasser, eine Einheit Wasser. Die wird halt direkt verbraucht von der ersten Kuppel dann komplett, ne? Und wir haben auch keine Polymere mehr, wenn wir jetzt welche bräuchten, Nahrung haben wir momentan auch noch gar keine. Aber wir haben auch noch keinen Verbrauch, es wundert mich, die brauchen anscheinend in ihren Wohnquartieren keine Nahrung. Glück für uns, hab ich nämlich momentan auch nicht. Grüße gehen auch raus an Marco, der hat gefordert, es müssen mehr Videos zu Surviving Mars kommen. Und da der vorher monatelang keine Videos bei mir geguckt hat, gehen einmal Grüße raus, schön, dass du mal wieder zuschaust. Und der wollte mehr zu Surviving Mars sehen. Und natürlich nur für dich, mein Schatz. Ne, auch für die anderen Zuschauer natürlich. So, Wohnquartier steht und jetzt ist aber die Frage, haben wir jetzt Nahrungsverbrauch jetzt, wo es steht? Ne, immer noch nicht. Also essen die nix oder was ist hier Sache? Noch haben wir auch keine Bewohner. So, wir haben auf jeden Fall 14 freie Wohnplätze. Kolonisten leben in Wohngebäuden, ruhen sich dort aus, ihre Gesundheit und ihre Besonnenheit verschlechtern sich, wenn sie obdachlos sind. Also es gibt tatsächlich Obdachlose, die müssen dann wahrscheinlich auf der Parkbank schlafen. Aber ziehen die jetzt automatisch ein? Ich muss denen doch wahrscheinlich irgendwie noch... Also entweder beamen die sich dahin oder sie laufen mit Raumanzügen hin. Aber ansonsten muss ich denen ja noch irgendwie die Möglichkeit geben, dass sie dahin kommen. Oder haben wir noch gar keine Kolonisten im Raum? Doch, oder? Vielleicht war das erste Raumschiff auch leer, da waren nur Maschinen drin. Und wir müssen erst ein neues Raumschiff anfordern mit Passagieren an Bord, die dann... Das kann auch sein. Und in der Rakete steht auch nichts von wegen, dass wir Kolonisten... Vielleicht haben wir noch gar keine. Oh, wir haben schon wieder einen Kabelbruch irgendwo. Ich hoffe, dass wir das beheben. Das machen die Drohnen ja eigentlich von alleine. Das ist jetzt schon der zweite, hör mal. Wir sind noch nicht so lange hier und wir haben schon den zweiten Kabelbruch. Die Drohnen machen ihren Job bei dem Bauen von Stromkabeln anscheinend nicht so besonders gut, oder? Wir haben übrigens auch noch ein anderes Problem. Wir haben wahrscheinlich kein Metall mehr, ne? Das ist auch noch ein Problem, weil hier... Der braucht zum Beispiel noch Metall und wir brauchen auch ansonsten noch Metall. Aber wir haben keins mehr. Wir müssen erst neues Metall... Genau, Ressourcenknappheit Metalle. Ich sag's ja, wir müssen erst neuen Metall... So, Passagierraketen. Wenn du bereit bist, kannst du die ersten Kolonisten zum Mars einladen. Starte eine Passagierrakete auf der Erde und lande sie in der Nähe einer deiner Kuppeln. Die Rakete verfügt über einige Nahrungsvorräte, aber du musst dich im Vorhinein um Strom, Sauerstoff, Wasser und Wohnraum kümmern. Ich meine gut, Strom haben wir, Sauerstoff haben wir, Wasser haben wir, Wohnraum haben wir. Haben wir jetzt von allem nicht so richtig viel. Vor allem Wasser haben wir gerade das eine, was wir brauchen, aber es reicht ja. Ist nur so... Ja, genau, dann ist es so, wie ich es vermutet habe. Aber wir hatten in der ersten Rakete gar keine Leute. Ich hab gedacht, die warten die ganze Zeit, dass wir hier die Basis geschaffen haben und die dann einziehen können. Aber die kommen noch gar nicht. So, und die erste Rakete ist tatsächlich unbemannt. Da sind nur Drohnen drin, die halt die Basis aufbauen. Und dann in der zweiten Rakete kommen erst die ersten Menschen. Das heißt, die müssen wir erst ordern quasi, so eine... Einmal eine Fuhre Kolonisten zu mitnehmen, bitte. Ja, und dann werden die von der Erde geliefert. Aber das, ähm... Wir haben zwar die Bausteine dafür, wir haben alles, aber ich würde, glaube ich, trotzdem erstmal mich um die Ressourcenknappheiten Metall kümmern wollen, bevor wir jetzt hier Menschen hinschicken. Nahrung brauchen wir anscheinend nicht, haben wir auch noch nicht, ähm... Aber hier steht ja, die haben Nahrung dann dabei, so ein bisschen zumindest. Ich meine, die hat... Also man kann theoretisch mit der auch Exportgüter dann zur Erde schicken und damit Geld machen. Wir können wahrscheinlich hier besondere, seltene Erden oder sowas auf dem Mars finden und dann zur Erde schicken und dort verkaufen. Dann kriegen wir damit wieder Geld und können dann wieder neues Zeug von der Erde bestellen, nämlich Polymere, elektronische Geräte und so weiter. Ich denke, so funktioniert es dann auf Dauer. Beachte, dass die Rakete betankt sein muss und dass verbleibende Ressourcen an Bord verloren gehen. Warte auf betanken, aber die Frage ist, muss sie voll betankt sein? Wir können ja mal probieren. Startproblem Treibstoff. Diese Rakete wurde noch nicht für den Rückflug zur Erde betankt. Treibstoff wird in einer Treibstoffraffinerie hergestellt, die mit Wasser versorgt wird. Okay, also anscheinend ist es nicht so gedacht, dass wir die schon zurückschicken. Das heißt, die soll erstmal stehen bleiben und wir sollen eine neue Rakete bestellen. Okay. Dann nehmen wir mal eine Passagierrakete. So. Die bringen Kolonisten und eine minimale Menge Nahrung zum Mars. Mit Begutachten kannst du dir die Eigenschaften der Ankömmlinge ansehen. Das heißt, wir können uns schauen, was wir denn für Leute haben wollen. Wie alt sollen die sein? Was sollen die können? Welches Geschlecht? Boah, wir dürfen es richtig selektieren hier. Wie viele Männchen? Wie viele Weibchen? Eine Arche nur. Und wir können... Boah, das Spiel ist ja auf der Höhe der Gender-Debatte hier. Wir können sogar anders auswählen. Eine Person, die biologisch weder Mann noch Frau ist. Bewerber mit mehreren gewünschten Eigenschaften gehen an Bord der Rakete. Bewerber mit einer gewünschten, unerwünschten Eigenschaft werden abgewiesen. Achso, wir können also... Boah, wir können auch richtig gender-rassistisch oder wie sagt man dazu sein und sagen... Also, nee, äh... Transgender möchte ich hier nicht. Und dann können wir hier ein Minus geben, dass sie nicht kommen dürfen. Das ist natürlich schon... Die Kolonisten werden in fünf Altersgruppen unterteilt. Kinder und Senioren können nicht arbeiten. Bewerber mit mehreren gewünschten Eigenschaften. Eine alte Person, die zu alt zum Arbeiten ist. Bewerber... Ja, guck mal. Zum Beispiel bei der ersten Fuhre Menschen. Da tut mir leid. Ja, auch wenn vielleicht ein paar Senioren gerne Bock hätten, auf dem Mars zu sterben. Aber wir brauchen erstmal fähige Arbeitskräfte. Da will ich natürlich keine Senioren haben. Sorry. Kinder sind zu jung, um zu arbeiten und sie nutzen viele Gebäude der Kolonie. Nee, momentan auch noch keine Kinder. Also, Kinder und Senioren können später noch kommen. Erstmal brauchen wir hier junge Erwachsene, die arbeitswillig sind und die stark und kräftig und so. Schwächen. Chronisch Kranke. Nein, ich will auch keine chronisch Kranken. Natürlich. Natürlich nicht. Andersrum. Der hat ja schon ausgewählt, dass ich... Idiot ist auch eine gute Eigenschaft. Kann eine Fehlfunktion am Arbeitsplatz auslösen. Chance von 10%. Das sind ja lustige Eigenschaften. Faule, chronisch Kranke, Idioten, Alkoholiker, Spieler, Vielfraße, Hypochonder, Heulsusen, Melancholiker, Einzelgänger und Feiglinge. Eigentlich will ich nix davon haben. Tut mir leid, aber das können wir alles auf dem Mars nicht gebrauchen. Ich würde... Wenn wir schon die gesamte Menschheit zur Auswahl haben, dann würde ich doch die Besten der Besten schicken und nicht hier solche... Wir können auch sagen, wir wollen Wissenschaftler haben oder wir wollen Ingenieure haben. Touristen? Nee, Touristen möchte ich keine. Veganer würde ich sagen, nehmen wir gerne mit. Die haben nämlich... Weil es ist ja auf dem Mars nochmal schwieriger, tierische Produkte herzustellen. Deswegen würde ich sagen, Veganer sind eigentlich die Besseren für den Mars, weil die ja nur pflanzen. Und dann... Pflanzen auf dem Mars ist wahrscheinlich simpler als Kühe, ne? Also vielleicht Veganer finde ich... Veganer finde ich, glaube ich, eine gute Sache. Und wie gesagt, chronisch krank. Ich will aber ja auch keine Faulen haben. Ich will keinen Alkoholiker. Ich will keine Spieler. Ich will keine Vielfraße. Ich will auch keine Hypochonder und nix. Ich will nix dergleichen. Einzelgänger finde ich okay, weil da habe ich nix gegen. Ich bin auch manchmal eher ein Einzelgänger. Stärken? Was haben wir denn für Stärken? Workaholic. Überlebenskünstler. Sexy. Gelassen. Genie. Promi. Heilig. Religiös. Gamer. Nerd. Und strapazierfähig. Finde ich alles okay. Muss ich jetzt nix speziell irgendwie auswählen oder nicht auswählen. Also wir wollen keine Kinder, wir wollen keine Senioren. Der Rest ist in Ordnung. Ne? Muss ich aber, glaube ich, gar nicht extra auswählen. Ich glaube, wenn ich da kein Häkchen mache, ist auch egal. Wir können auch sagen, sexy Menschen wollen wir nicht auf dem Mars. Wir wollen keine sexy Menschen. Wir wollen nur die hässlichen. Promis haben wir sowieso keine. Heilige haben wir auch keine. Religiös. Muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich momentan jetzt nicht auf dem Mars. Also wir wollen erstmal Wissenschaftler und gute, kluge und keine Religiösen hier. Sorry. Brauche auch keine Partylöwen. Sorry. Können wir später machen. Wir haben noch keine Party auf dem Mars. Okay, dann lassen wir das so. So, 42 und davon sollten jetzt 12 ausgewählt werden. Wir schauen mal. Aber wir haben ja nur noch drei Raketen. Was ist denn, wenn ich dann die drei Raketen, was ist denn danach? Muss ich mit den drei Raketen, die ich jetzt noch habe, quasi alles hier hinbringen? Ah, unser Beton-Extraktor funktioniert übrigens inzwischen. Irgendwo haben sie dann doch noch Metall gefunden anscheinend. Also der arbeitet inzwischen. Vielleicht können wir dann auch noch einen Ablageplatz machen. Ein Mülllager. Tja, jetzt habe ich die Rakete bestellt. Aber wie oder wo landet die denn dann? Muss ich die selber noch irgendwie... Ah, da unten. Die ist unterwegs. Ja, der Flug zum Mars dauert ein bisschen. Also hier wird es wahrscheinlich schneller gehen. Ah, und unsere Technologieforschung ist auch wieder fertig. Das ist super. Ähm, hier wird es wahrscheinlich schneller gehen. Aber in echt dauert der Flug zum Mars. Ich glaube, das Interessantere ist ja auch, dass man immer diesen Moment abpassen muss, wo Mars und Erde sich besonders nah sind. Weil manchmal sind die sehr weit voneinander entfernt. Die haben ja ihre eigenen Bahnen. Und manchmal sind sie relativ, relativ nah. Das heißt, man muss auch... Theoretisch kannst du... Du könntest auch jederzeit fliegen. Aber wenn du nicht zu den richtigen Zeitpunkten fliegst, das heißt, du musst eigentlich immer abwarten diesen Moment, wo die sich günstig stehen. Und dann kannst du eigentlich nur fliegen, weil sonst ist die Strecke viel zu weit. Ja, wie auch immer. Das ist nochmal ein anderes Thema. Genau, mit einem bemannten Raumfahrzeug läge die Flugdauer zum Mars zwischen sieben und acht Monaten. Und dann ist ja auch noch die Frage, wie man zurückkommt. Aber wie gesagt, das Thema hatten wir ja schon. Theoretisch acht Monate oder so, aber die sind jetzt unterwegs. 22 Prozent. Und da ist auch 120 Nahrung mit dabei. Das ist gut. Die bringen also was zu essen mit. Da muss ich die nicht versorgen. Und zwölf Passagiere sind unterwegs. Na gut. Wir haben ja 14 Wohnraum. Wir haben Sauerstoff, wir haben Wasser und alles ist da. Also ich denke... Ich denke, dass sie eigentlich erstmal versorgt sein sollten. Wäre natürlich gut, wenn die noch ein bisschen Polymer und so hätten mitbringen können. Aber dann muss ich wieder eine Frachtrakete bestellen. Deswegen... Das geht leider nicht... Aber dann vermute ich folgendes. Also es ist nur eine Vermutung von mir. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wenn ich es schaffe, meine Rakete, die jetzt hier schon steht, zu betanken und zurückzuschicken, dann darf ich doch bestimmt wieder eine neue Rakete hochschicken, oder? Ich habe jetzt theoretisch nur noch drei zur Verfügung. Aber wenn wir die volltanken, kann ich die ja zurückschicken zur Erde. Und vielleicht habe ich ja dann wieder eine mehr zur Verfügung. Das wäre jetzt meine Hoffnung. Wir warten jetzt einfach mal auf die Rakete. Währenddessen gucke ich schon mal, was wir als nächstes erforschen. Transportoptimierung. Der ferngesteuerte Transporter baut Ressourcen schneller ab und sein maximales Ladevolumen wird um 15 erhöht. Wir könnten zum Beispiel die Wasserrückgewinnungssysteme erforschen. Die muss man dann auch noch bauen mit Polymeren. Die haben wir momentan nicht. Aber wir können die ja zumindest schon mal erforschen. Oder können wir das zweite schon erforschen, wenn ich das erste nicht erforscht habe? Dann würde ich nämlich die Magnetfilterung für die Sauerstoffproduktion dann überzeugen. Wir haben nämlich 50% mehr Sauerstoff. Oder Nahrungsproduktion könnte auch nicht schaden. Wir erforschen erst mal die Magnetfilterung. So. Wir haben nur das Problem, wir haben kein Metall mehr. Ne? Wir haben jetzt auch hier... Wir haben ja auch keine Mittel mehr zur Verfügung, um... Also ich hatte ja vorher solche Dinger, wo ich die Gebiete direkt erkunden konnte. Das habe ich jetzt nicht mehr. Das heißt, das müssen wir irgendwie anders machen. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Sektor folgendes zu... Oh, da fliegt gerade ein... Oh ja, da ist gerade was runtergekracht. Ich glaube, das könnte uns auch passieren, wenn wir Pech haben. Da fliegt noch mehr runter. Seht ihr? Es schlagen natürlich auch regelmäßig Dinge ein. Nicht, dass bei uns in der Basis sowas einschlägt. Also hier haben wir auf jeden Fall eine hohe Wahrscheinlichkeit, Beton und Metalle zu finden. Ah, ich sehe schon. Den kann ich auch so scannen. Ohne das sofortige... Ah, okay. Das andere, was wir hatten, war nur sofortiges Scannen. Und hier... Ich kann die Sachen aber auch scannen. Es dauert nur ein bisschen. Jetzt haben wir 6%. 7%. Das heißt, wir erforschen jetzt mal, was da ist. Vielleicht finden wir da Metall. Und dann können wir andere ja schon mal mit eingliedern, dass die auch schon mal erforscht werden. Vielleicht hier noch erforschen und da noch erforschen. So, in der Reihenfolge, dass alles um uns rum nach und nach entdeckt wird. Es dauert natürlich ein bisschen... Okay, das ist zum Beispiel auch gut zu wissen. Das hatte ich bisher jetzt gar nicht aktiv hier. Fahrzeuge mit wenig Strom. Oh ja, unser Rover hat nicht mehr viel Strom. Fahrzeuge können ihre Batterien bei aktiven Stromnetzen aufladen. Außerdem können sie sich die Fahrzeuge gegenseitig aufladen, bis ihre Batterien den gleichen Ladestand haben. Aber das heißt, was muss ich denn machen? Muss ich zum Stromnetz hinfahren, dass er sich da einfach was abzweigt? Weil der ist fast leer hier, die Batterie von dem Rover. Ich habe da nicht so drauf geachtet. Ach, der... Ah, guck mal, über Induktion quasi. Der fährt auf das Kabel drauf und wird dann geladen. Auch total cool. Also man findet hier wirklich... Learning by doing finde ich hier gerade neue Sachen heraus. Die Rover können auf Stromkabel fahren, verbrauchen dann auch ein bisschen Strom wahrscheinlich. Und dann wird hier die Batterie aufgeladen. Das heißt, wir lassen den Rover erstmal vollladen und dann fahren wir mit dem da rüber und versuchen mal da das Metall abzubauen, was wir da noch finden könnten. Auch sehr cool. Also das wusste ich auch nicht. Können wir den auch direkt mal laden hier. Die Rakete kommt aber jetzt auch bald. Das sind nur noch 22%. Okay, dann fahren wir jetzt mal mit dem hier. Wenn es so funktioniert, wie ich denke... Und die Rakete ist jetzt gleich da. Dann sollte der hier rausfahren können. Dann sollte der hier seine Drohnen ausladen können. Die dann an den drangebunden sind quasi. Genau. Und die müssten dann theoretisch das Metall abbauen können, was wir hier haben, oder? Ist nur die Frage, wo die das dann hinbringen. Okay, bereit zur Landung. Die Passagiere an Bord sterben, wenn die Rakete nicht innerhalb von 119 Stunden landet. Die sollen wir ja am besten in der Nähe der Kuppel landen. Dann tun wir das. Aber dann haben wir ja schon zwei Raketen hier stehen. Sieht dann lustig aus. Und die Frage ist auch, bleibt die dann da stehen? Gibt die uns einen neuen Radius mit Drohnen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Kuppeln in Gehreichweite. Achso, wir müssen gucken, dass die Kuppel in Gehreichweite ist. Das heißt, hier muss da in der Nähe der Kuppel irgendwie landen. Dann parken wir die doch hier zwischen Kuppel und Stein da hinten. Dann haben wir noch ein bisschen den Platz genutzt da. So. Kuppel in Gehreichweite ist eine. Das reicht. Das wollen wir auch nur. Und dann landen wir die Rakete. Rakete Nummero zwei landet auf dem roten Riesen. Und dann sind es jetzt wirklich die ersten Menschen auf dem Mars. Das habe ich bei der letzten Rakete schon verkündet. Aber da waren ja anscheinend gar keine an Bord, wie wir jetzt gelernt haben. Ich dachte, die warten schon in der Rakete. Nee, jetzt kommen die allerersten Pioniere. Die ersten zwölf. Unter anderem keine Faulen, keine Idioten, keine Transgender. Habe ich aber nicht ausgewählt. Es gab keine. Aber dafür wahrscheinlich Veganer und kluge Leute mit tollen Stärken. Ich bin gespannt. Können wir da wahrscheinlich sehen, ne? Wenn die landen, können wir die wahrscheinlich anklicken und sehen, was die für Eigenschaften haben. Gucken wir mal, wen wir uns da so auf den Mars geholt haben als erste Menschen. Ob wir eine gute Auswahl getroffen haben. Da landet die Rakete. Ganz elegant. Ganz sanft. Ordentlich Staub aufgewirbelt hier. Nicht gut. Jetzt bin ich aber gespannt. Jawohl, voller Hoffnung und Entschlossenheit sind die ersten Gründer auf dem roten Planeten angekommen. Die nächsten zehn Sols stecken voller Schwierigkeiten und Gefahren, aber auch voller großer Versprechen und Möglichkeiten. Es liegt jetzt an uns zu beweisen, dass der Mars das Tor zu großem Reichtum unserer Zukunft der menschlichen Zivilisation ist. Selbst die epischsten Abenteuer beginnen mit einem einzigen Schritt. Die Ankunft zusätzlicher Kolonisten wird vorübergehend angehalten, bis die Kolonie bewiesen hat, dass sie menschliches Leben erhalten kann. Das heißt, die Zwölf werden jetzt hier hingeschickt, so gucken wir mal, ob die überleben und wenn nicht, dann schicken wir keine Neuen mehr. Also da lastet die gesamte Menschheit auf den Schultern hier dieser ersten Zwölf, ne? Deine Gründerkolonisten müssen zehn Sols überleben, oder ihr zusätzliche Leute anreisen können. Die Kolonie erhält eine positive Bewertung, wenn vor dem Ende des Zeitraums ein menschliches Kind auf dem Mars geboren wird. Falls du glaubst, dieser Herausforderung gewachsen zu sein, solltest du eine medizinische Einrichtung bauen, um den Komfort der Gründer durch Servicegebäude so weit wie möglich erhöhen. Okay, da kommt... Sektor scannt. Milestone achieved. Okay, erster Mensch auf dem Mars, das ist unser Meilenstein, da kommen die Ersten, die Ersten, das ist der allererste Mensch hier. Der hier hat als Erster den Mars betreten. Ist das cool. Ein Forschungslabor beschleunigt die Entdeckung neuer Technologien, die die Kolonie verbessern und voranbringen. Ja, bauen wir wann anders. Ich muss jetzt erstmal hier den ersten Pionieren gucken, was die machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, äh, zwölf, tatsächlich. Ist das cool? Die allerersten Marsmenschen, die den Planeten hier betreten. Wie cool ist das denn? So, da haben wir nochmal die Ersten, zwölf, die ihre neuen Häuser, das, ich meine, das ist jetzt hier spielerisch und lustig, aber stellt euch mal vor, die Ersten Menschen, die betreten diesen, also verangenommen es würde so ablaufen wie hier, dass erst Drohnen hinfliegen und schon eine lebensfähige Basis bauen. Und die betreten, die kommen da an und betreten zum ersten Mal ihr neues Zuhause auf dem Mars. Das ist so verrückt, diese Vorstellung. Aber irgendwie auch sehr geil. So, und die ziehen jetzt hier ein, alle ins selbe Haus oder was? Nee. Wie viele wohnen denn in einer Hütte? Wenn es drei Hütten sind und zwölf, dann sind vier pro Hütte. Das ist okay. Und wir haben ja sogar noch zwei Plätze, ne? Ein Schelm wäre böses, dabei denkt, als hätten wir etwas extra schon eingeplant, dass hier vielleicht jemand ein Baby machen will. Aber wenn ihr natürlich mit vier Erwachsenen, die sich vorher noch nicht so kennen wahrscheinlich, in einem Haus wohnen, da dann Babys machen, naja gut, muss sein, ne? Für das Wohl der Menschheit. Und jetzt wollen wir natürlich so schnell wie möglich ein Neugeborenes und wir wollen am besten auch hier Nahrung produzieren und so ein Krams. Nahrung ist super bewertet, Freunde. Wer braucht denn Nahrung? Aber Nahrung haben wir. Wir haben auch schon ein Nahrungslager gebaut. Das ist hier. Da bringen jetzt die Drohnen die Nahrung hin. Und dann können die sich da bedienen, hoffe ich mal. Ah, okay. Die betanken sich sogar von alleine, seht ihr? Okay, die Rakete ist nämlich jetzt schon bei 54, obwohl ich da nicht aktiv irgendwie Treibstoff herstelle, aber sie ist bei 54 von 60. Das heißt, irgendwann wird sie voll sein. Vielleicht lädt sie auch über Strom, das kann ja auch sein. Und wenn die dann voll ist, dann können wir die zurückschicken. So, wir müssen jetzt aber noch neun Tage und 19 Stunden müssen die noch überleben. Jetzt müssen wir mal schauen, was die denn alles brauchen. Ich mache mal ganz kurz Pause. Ich meine, klar, wir brauchen Strom, wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Wasser. Haben wir ja alles, ist alles vorhanden, keine Sorge. Nahrung haben sie ja auch, die haben wir ja jetzt bekommen. Was wir haben, ist ein Edelmetallvorkommen, da könnten wir Edelmetalle extrahieren. So viel Metall habe ich allerdings jetzt gar nicht. Und wir bräuchten zwölf Arbeiter, das wäre quasi schon alles, was wir an Arbeitern haben. Ich denke, das ist nicht so gedacht, sondern wir sollen wahrscheinlich erstmal... Ich kann auch gar nicht mehr bauen momentan, weil wir bräuchten ja mehr Wasser erstmal. Ich habe ja nur diesen einen Wasservaporator und die Vaporatoren kommen für die Erde. Wir haben gerade noch keinen neuen. Und Wasserextraktor kann ich noch nicht bauen, weil wir ja noch gar kein Wasser auf dem Mars entdeckt haben. Das heißt, ich bin wassermäßig gerade begrenzt. Wir haben nur das eine bisschen, was wir hier in dieser Kuppel herstellen. Ich soll ein Forschungslabor bauen. Weiß ich nicht, ob ich das für die beste Wahl halte. Erzeugt Forschung, kostet Beton und... Also wir hätten die Materialien schon, aber das braucht auch neun Arbeiter. Eigentlich wollen wir die Wasserrückgewinnung haben, das wäre eine gute Sache. Aber da habe ich ja sowieso die Baumaterialien auch gar nicht für... Jetzt haben wir auch noch Deko-Elemente hier. Als das Spiel will, dass ich ein Forschungslabor baue, dann mache ich das. Es muss aber auch hier in diese Kuppel gebaut werden. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Art platzsparendes Bauen gibt. Wie es am meisten Sinn macht, aber wir bauen das einfach mal da so in die Ecke. Es verbraucht drei. Das heißt, wenn wir drei, 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 können wir drei Gebäude, die drei Felder einnehmen. Ich denke mal, ich hoffe, dass die Gebäude so geplant sind vom Spiel, dass sie dann... Dass dann drei Stück passen. Das heißt, wenn ich den da einbaue, oder hier vorne in die Mitte sogar... Sieht auf jeden Fall ganz schön aus, denke ich. Wenn wir hier ein Forschungslabor haben... Das Spiel hat gesagt, ich soll ein Forschungslabor bauen, sonst hätte ich eigentlich was anderes gebaut. Ja, es wird eigentlich dringend Zeit für eine Nachschubrakete. Es tut mir leid. Also, wir brauchen eigentlich eine Frachtrakete. Und zwar brauchen wir einen Drohnenhub. Wir brauchen einen Feuchtigkeitsvaporator. Die anderen Sachen... Ja, die sind natürlich geil, ja, hier aus Edelmetallen die Sachen selber herzustellen. Aber momentan ja noch nicht. Das kommt erst ein bisschen später. Feuchtigkeit wäre gut, weil wir ein bisschen mehr Wasser brauchen. Und einen Drohnenhub wäre auch gut. Vielleicht sogar zwei. Jeweils zwei. Kostet natürlich viel Kohle, ne? 400 Millionen, 300 Millionen ist nicht günstig. Vielleicht noch ein paar Drohnen bestellen. Eine Drohne kostet 30 Millionen. Ist ja ein Schnäppchen, ne? Vielleicht kriegen wir jetzt drei zum Preis von zwei hin oder so. Nehmen wir auf jeden Fall nochmal vier Drohnen mit. Und ansonsten Beton brauche ich nicht. Metalle vielleicht ein bisschen... Ist das teuer? Fünf Tonnen Metall kosten 50 Millionen. Ja, alles... Also zum Maß schicken ist scheiße teuer. Selbst wenn du nur Staub zum Maß schicken würdest, wäre es schon teuer. Weil es halt einfach eine teure Reise ist. Das heißt, jedes Kilo kostet extrem viel. Nahrung haben wir eigentlich ja noch genug. Die haben wir ja 120 mitgebracht. Ja, dann können wir den Rest schon noch ein bisschen mit Metallen auffüllen vielleicht. Oder wir nehmen noch so einen Stromgenerator mit. Dann haben wir zwei Drohnenhubs, zwei Feuchtigkeitsvaporatoren. Nehmen wir sogar drei Feuchtigkeitsvaporatoren. Oh, wir können sogar hier noch einen Sterling-Generator. Ist natürlich jetzt alles sehr teuer. Dann haben wir zwei Stromgeneratoren, drei Feuchtigkeitsdinger, zwei Drohnenhubs. Außerdem vier Drohnen. 15 mal Metall, 25 mal Polymere, 15 mal Maschinenteile und 15 mal elektronische Geräte. Ich denke, das ist eine gute Mischung. Und damit haben wir genau die Frachtkapazität vom Gewicht hier ausgenutzt. Und das Ganze kostet uns aber auch eine ganze Menge. 1,7 Milliarden, 120 Millionen, 150 Millionen, 350 Millionen, 270 Millionen, 300 Millionen. Wir nennen die aber nicht Freundschaft 1, sondern wir nennen die Happy Meal. Weil das ist eine schöne, bunte Mischung von Sachen, die wir brauchen können. Deswegen einmal Happy Meals und mitnehmen bitte von der Erde. Dankeschön. So, neue Rakete ist unterwegs. Da sind wichtige Sachen drin, die wir brauchen. Das ist gut. Die brauchen wir nämlich wirklich dringend. Die Rakete kann dann bald zurückgeschickt werden. Ah, guck mal, die lagern das hier ein. Okay, das heißt, wir brauchen dann den Transporter. Den haben wir hier. Und der Transporter muss das dann abholen gehen. Dafür ist unter anderem der Transporter gedacht. Das heißt, wir können zwar mit diesem Drohnen-Rover ein bisschen weiter wegfahren und da Metall sammeln. Das muss dann der Transporter einsammeln. Und der kann das dann zu unserer Basis bringen. Und dann haben wir auch Metall, was weiter weg ist, zu uns gebracht. Ach so, der kann das auch direkt einladen von da, oder wie? Der kann das direkt einladen. Das heißt, da brauchen wir gar nicht die Drohnen für. Dann brauchen wir ja die Drohnen nicht. So, Kolonisten besuchen Gebäude je nach Interessen, um ihre Komfort-Eigenschaft zu erhöhen. Wenn ihr Komfort zu sehr sinkt, bekommen sie eventuell Heimweh und wollen die Kolonie verlassen. Ja, dann schaut mal, wie ihr hier die Kolonie verlasst, Freunde. Dann viel Erfolg, ihr Lieben. Versucht ihr mal abzuhauen hier. Service-Gebäude sind unanlässlich für den Komfort der Kolonisten. Wir sollen einen Diner bauen. Ah, weiß ich nicht, ob ich das... Oh, wir haben keinen Strom. Das ist nicht gut. Die Kolonisten leiden unter Unterkühlung. Kuppeln sind mit Heizungen ausgestattet, die rund um die Uhr für angenehme 23 Grad Celsius sorgen. Ganz im Gegensatz zu den schwankenden Temperaturen der launischen Mars-Atmosphäre. Die Temperatur innerhalb der Kuppel sinkt rapide, wenn die Stromversorgung abgeschnitten wird. Und die Kolonisten spüren die Nebeneffekte sehr schnell. Wenn die Situation unverändert bleibt, kann es zu Todesopfern kommen. Das heißt, wir verbrauchen irgendwo Strom zu viel. Und das liegt daran... Ah, das liegt daran, dass meine Dinger hier Wartung brauchen. Für diese Wartung brauche ich allerdings Polymere. Und Polymere habe ich nicht. Das ist jetzt ganz schlecht. Mein Akku ist auch schon gleich leer. Ja, wir müssen die Wartungsaufgaben beachten. Das stimmt natürlich. Das heißt, wir versuchen uns jetzt mit Windrädern irgendwie über Wasser zu halten. Aber das ist natürlich schon sehr blöd. Und ich habe auch nicht früh genug da... Ja gut, das ist natürlich auch das erste... Das erste Safe-Game, was wir spielen. Aber ich merke mir im Hintergrund... Das Problem ist jetzt... Ich habe das Problem mal zu später erkannt. Aber das Problem ist halt folgendes. Wir haben Strom momentan größtenteils... Bis auf diesen kleinen Solarkollektor hier. Größtenteils über diese beiden Sterling-Generatoren. Die kann man nur bauen, wenn man die von der Erde bekommt. Aber alle Gebäude müssen regelmäßig gewartet werden. Die Drohnen müssen halt eben Material benutzen und das Gebäude warten. Weil es sonst irgendwann seinen Betrieb einstellt. Darauf habe ich nicht geachtet. Und die beiden sind jetzt beide defekt. Und produzieren also gar keinen Strom mehr. Das heißt, unsere ganze Stromversorgung ist weg. Und ich kann sie nicht mal reparieren. Weil ich dafür Polymere brauche, die wir nicht mehr haben. Die kommen erst mit dem nächsten Shuttle. Das ist jetzt eine sehr unschöne Situation. Wir müssen jetzt hoffen, dass die schnell genug hier Windräder oder sowas bauen. Bevor uns alle Menschen wegsterben. Sonst haben wir echt ein Problem. Ich meine, wir haben auch sonst noch Probleme. Weil auch die Gebäude hier müssen alle gewartet werden. Und geben bald den Geist auf. Hier, unser Feuchtigkeitsvaporator hat auch schon den Geist aufgegeben. Oh nein. Aber warum warten wir das denn nicht automatisch? Wahrscheinlich, weil wir kein Metall haben. Ja, das ist alles ein Teufelskreislauf. Wir haben einfach nicht... Na gut, am Anfang... Woher soll ich... Ja, woher soll ich das wissen am Anfang? Wir haben einfach nicht genug darauf geachtet. Aber das ist jetzt eine Kette von Verknüpfungen, die uns jetzt gleich alles... Ja, die wahrscheinlich alles beenden wird. Das war dann der erste Versuch. Und wir können dann nur hoffen, dass der zweite besser läuft. Wir hatten zum Beispiel auch kein Metall mehr, weil wir kein Metall mehr hatten. Wurden auch andere Gebäude nicht gewartet. Zum Beispiel hier. Das und das muss auch gewartet werden. Dafür haben wir dann teilweise zu wenig Drohnen. So, Windräder werden jetzt langsam gebaut. Das ist gut. Die produzieren Strom. Das heißt, Strom haben wir hoffentlich gleich schon mal. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht das einzige Problem. Sondern auch meine Sauerstoffversorgung und Wasserversorgung ist zusammen. Oder bricht zusammen. Oder ja. Wird noch zusammenbrechen oder wie auch immer. Ich meine, Wasser und Sauerstoff habe ich noch ein bisschen im Speicher. Immerhin, ne? 63 und 92. Also eigentlich können wir nur Solarkollektoren bauen. Und da ist das Problem, dass die natürlich tagsüber nur produzieren. Also es ist alles ein bisschen ein Teufelskreislauf gerade, den wir haben. Wir brauchen generell mehr Polymere. Apropos. Ja, Polymere. Wir können doch schon wieder die Rakete landen hier. Ah, ne. Ah, ne. Die Rakete ist fertig zum Starten. Na gut. Dann kann die zurückfliegen. Ich denke, die brauchen wir ja auch nicht. Startvorgang läuft. Okay. Die Rakete schicken wir zurück. Dann können wir direkt die nächste. Die ist jetzt gleich... Wenn die ankommt, dann habe ich Polymere. Dann sollte alles wieder in Ordnung gehen. Dann kann ich die reparieren und so weiter. Aber bis dahin... Wir sind wahrscheinlich die Ersten schon erfroren. So. Von Mars aus eine Rakete gestartet. Ist übrigens auch ein Meilenstein. Die fliegt wieder weg. Zurück zur Erde. Jawohl. Und tschüssi. Mach's gut. Gute Reise zurück zur Erde. Dauert ein bisschen. So. Und das verstaubt natürlich aber auch alles andere hier. Das ist... Ja. Staub ist ein Problem auf dem Mars, meine Freunde. Sobald aber jetzt gleich die neue Rakete landet, dann habe ich zumindest ein paar Polymere, dass ich die mal warten kann, den Akku warten kann. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Wir brauchen auch mehr Drohnen eigentlich. Aber die kommen ja jetzt. Aber ich finde das ganz interessant bei so Spielen. Man fällt dann... Irgendwann fällt man auf die Nase mit irgendwas und merkt so, oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Und man kann dann auch rückblickend schon sehen, wann der Fehler... Wir sehen ja jetzt schon, dass der Fehler, der jetzt uns Probleme bereitet, das ist ja schon ein Fehler, den wir vor längerer Zeit quasi gemacht haben. Wir landen bei der Rakete hier. Ähm. Nämlich, dass wir einfach Metall nicht genug rangekarrt haben, die Wartung nicht stattgefunden hat bei verschiedenen Gebäuden und dann ist alles auf einmal zusammengebrochen, aber der Fehler war ja schon vorher. Und dann wird jetzt auch der Strom und sowas, dann können wir die reparieren ganz schnell und dann ist gut. Da kommen neue Drohnen raus. Jawohl, das ist super. Vier Stück. Und der fängt an zu reparieren. Das ist also... Das müssen wir uns merken. Wir müssen uns merken, Wartung von Gebäuden ist extrem wichtig. Gerade von den Stromgebäuden. Damit ist die Stromversorgung steht wieder. Und wir haben jetzt auch noch extra Stromversorgung durch Solarpaneele und durch Windräder. Das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr Stromversorgung und vielleicht bauen wir noch einen zweiten Akku. Dann sind wir, denke ich, da ganz gut versorgt. Wir haben eine Kälte, Jody. Unsere Kolonisten sind starb. Oh, die Kolonisten hungern. Eine konstante Versorgung mit frischen Nährstoffen ist entscheidend für das überleben der Kolonie. Kolonisten halten eine Weile ohne Nahrung durch, bevor negative Effekte eintreten. Aber wenn du sie nicht bald mit Nahrung versorgst, sterben sie. Tippt, Kolonisten mit dem Status hungern haben keinen Zugang zu Nahrung. Liefere Nahrung von der Erde oder produziere sie durch Landwirtschaft, um die Hungernden zu versorgen. Hätten sie auch mal ein bisschen früher sagen können. Ich hab nur gesehen, 120. Der hat gesagt, das reicht eine ganze Weile und dann hab ich mich da nicht drum gekümmert. Jetzt haben wir das nächste Problem. Es gibt nichts zu essen mehr. Also nach und nach fällt uns ja alles im Kopf zusammen. Wir haben doch 118 Nahrung. Verbrauch, Nahrung 2,4. Wir haben aber doch ganz viel Nahrung auf Lager. Vielleicht muss ich denen irgendwie mit Nahrung, vielleicht muss ich denen erst ein Gebäude bauen, dass die auch Nahrung kriegen. Vielleicht hat er deswegen gesagt, ich soll einen Diner bauen. Vielleicht machen wir das mal lieber. Ich glaube, deswegen wollte er, dass ich einen Diner baue, damit die auch Nahrung dann gekriegen. Das kann gut sein. Wir bauen mal einen Diner. Forschungslabor haben wir ja schon gebaut. Und das liefert uns ein bisschen hier Forschung. Da kann man dann noch verschiedene Arbeitsschichten zuweisen. Je nachdem wird mehr oder weniger gearbeitet. Alles sehr interessant. Also es bleibt bei Learning by Doing, aber zumindest den Katastrophenfall, den ich habe kommen sehen, haben wir nochmal abwenden können. So, den Meilenstein hatten wir erreicht. Hier, eine Rakete ist gestartet. Soll 11. Und wir haben auch immer noch 8 Tage, die wir überleben müssen. Und da haben wir auch noch so viel Zeit, momentan Kinder zu kriegen. Also es ist noch ein bisschen Zeit. Wie dem auch sei, unsere neue Rakete wird entladen. Also wir haben diesmal die ersten Menschen einziehen lassen. Wir versorgen sie mehr oder weniger gut. Und wir haben auch schon die erste Nachschubrakete. Also wir haben eine schon wieder zurückgeschickt und auch schon wieder eine Nachschubrakete hier mit neuen Gebäuden und so weiter bekommen. Und Energieversorgung scheint jetzt erstmal wieder gesichert zu sein. Wasser ist da, Strom ist da. Soweit dazu. Das war der zweite Bar zu Surviving Mars. Es bleibt spannend und es macht Spaß. Und man sieht aber auch schon so ein bisschen, und das ist ja noch ein leichtes Spiel, man sieht schon ein bisschen, das kann auch durchaus, denke ich, anspruchsvoll werden im Laufe der Zeit. Weil du halt Strom brauchst und dann nachts. Und dann musst du die Gebäude warten, dann brauchst du Materialien, die hast du vielleicht noch nicht alle. und da und da und da. Ich glaube, das kann durchaus auch anspruchsvoll werden. Sieht zumindest ja danach aus. Ich freue mich weiterhin über Däumchen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Und dann sehen wir uns demnächst wieder bei Surviving Mars. Euch noch einen schönen Tag, euer Walle. Bye, bye.